Ich werde der AKP meine Stimme geben, weil die AKP bis dato einige Versprechen eingehalten hat. Weil die AKP die Türkei offensichtlich anhand von Statistiken und von Bauten vorangebracht hat. Ich bin noch jung, aus dem Grund kann ich nicht sagen, was genau ich gesehen habe. Aber durch verschiedenste Bilder, Videos und, 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 kann man auf jeden Fall feststellen, dass die AKP einen enormen wirtschaftlichen Schub der Türkei gegeben hat. Auch wenn es aktuell eine Inflation in der Türkei herrscht. Da bin ich aber persönlich der Meinung, dass der türkische Staat recht wenig damit zu tun hat. Ich meine, die Zentralbanken sind ja verantwortlich dafür. Und laut meinem Wissen hat AKP keine Macht über die Zentralbank. Genau wie in anderen Ländern, was auch so ist, hantieren die Zentralbanken selbstständig.